Guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Heute starten wir mal direkt nach dem Aufstehen und ja, ich bin noch etwas mühe und total zerzottelt. Die Nacht war wieder recht unruhig, also seit drei Tagen jetzt ist es nachts so unruhig, also einfach Phasen, wo er einfach schreit. Also es wirkt für mich fast so, als hätte er Zahnschmerzen und sich erstmal gar nicht beruhigen lässt. Aber irgendwann haben wir dann wieder durch Kuscheln und Stülpen den Schlaf gefunden, ne? Ja, und sind jetzt eben hoch, also kurz vor acht, das ist schon recht spät. Also jeder Tag irgendwie startet bei uns zu einer anderen Zeit. Also gestern war es um 5.30 Uhr, glaube ich. Heute mal kurz vor acht, das ist so ein bisschen angenehmer. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, wir Julian wieder machen da oben gerade noch eine kleine Party. Und dann wollen wir gleich frühstücken und mal gucken, wie das Wetter heute ist, was wir heute so machen. Heute ist ja Samstag, also Julian hat frei. Okay, eventuell, wenn das Wetter so stabil bleibt, so mit Sonne und allem und nicht so regnet, dann würden wir gerne nochmal aufs Erdbeerfeld. Da haben wir alle richtig los zu. Ja, mal gucken. So, und du bist schon fertig angezogen, ne? Du bist schon startklar. Ja, das mache ich auf jeden Fall auch immer als erstes, wenn ich ihn aus dem Schlafsack hole, einmal schon direkt anziehen. Was siehst du da, das Bild, ne? Die sind immer interessant, ja. Dann lege ich ihn jetzt mal hin, dann kann er sich ein bisschen bewegen. Guck mal, was er haben, ist ja meistens immer viel zu langweilig. So, schön. Ups, sorry. Ups. Ups. Gucken wir mal eben, was wir eben noch an Spielsachen hinlegen können. Das andere, nehmen wir mal das. Das hat Mila damals auch schon. Das Ding findet er mir untern auch ganz gut. So, schau mal. Bitte schön. Bitte schön. Ist gar keine Musik an, ne? Schwups. Und wer steht hier schon? Wartest du schon auf dein Frühstück? Wartest du schon auf dein Frühstück? Hm? Bist du hungrig? Na komm. Kriegst du mal den Schappi, hm? Du verlierst auch gerade ordentlich Fell. Fellwechsel, ne? Alle Hunde und Katzenbesitzer kennen das wahrscheinlich gerade. Da geht man einmal durchs Fell und hat gefühlt ein Wollknäuel in der Hand, ne? Braust du denn die hinterher laufe? Ich hole den Futter schon. Lässt du die schmicken? Lässt du die schmicken? Der Kaffee ist jetzt auch fertig. Den können wir jetzt nämlich hier frühstücken. Ich will den kleinen Spatz hier gleich mal für sein erstes Schläfchen hinlegen. Und Mina hat natürlich ordentlich gespielt nach dem Aufstehen, sehe ich. Ähm, sieht hier aus wie bei ihrem Kinderzimmer. Also von Schlafzimmer hat das gerade ja nicht mehr so viel bei uns. Hier steht ihr Kinderwagen. Hier hat so eine Picknickdecke ausgebreitet. Ihre Puppen unter der Wiege. Überall liegt was rum. Das muss ich dann gleich mal eben mitnehmen, weil er wird gleich sicherlich in der Federwiege schlafen. Das hat ganz gut geklappt. Also gestillt werden muss er trotzdem, um seinen Schlaf zu finden. Aber, ähm, ja. Zumindest schläft er jetzt. Mal gucken, wie lange. Manchmal ist es nur eine halbe Stunde, manchmal sind es zwei Stunden vormittags. Einfach mal abwarten. Was suchst du, Mina? Das ist der Urno. Ich fände Urno nicht. So, jetzt hast du die ganze Spielkiste ausgeholt und bist nicht drin. Das ist der größte Spielhaus in der Welt. Ja, das glaube ich fast auch, ja. Ich glaube, das ist bei Jari im Zimmer. Schatz, du hast da auch noch Spiele. Warte, ich guck mal eben. Ja, guck mal. Die sind hier alle rausgefallen. Müssen wir alle mal einsetzen. Mama, erstmal die grünen reinpacken. Ja, bitteschön. Hier ist schon wieder jemand wach. Das wird so ein Tag wie gestern. So maximal eine halbe Stunde schlafen und auch nur mit Trage in Schlaf finden. Also jetzt hat er natürlich auch durch Stillen und Federvier in Schlaf gefunden. Aber gestern ging alles nur mit Trage. Hä? Was ist da los? Was ist da los? Ja. Du freust dich, ne? Dir reicht die halbe Stunde. Hä? Ja. Und ich habe hier jetzt gerade eben schon die ganzen Windeln aufgefüllt. Die Schublade ist jetzt wieder gut gefüllt. Und hier oben habe ich auch aufgefüllt. Jetzt muss ich hier nochmal so ein bisschen aufräumen. Liegt nämlich alles Mögliche noch rum. Also der Body, den heute Abend nochmal anziehen. Aber die Socken können in die Wäsche. Den Body kann ich gleich mal wieder einräumen. So ein paar Spielsocken lasse ich hier aber immer liegen. Das braucht er dann ja auch, wenn er hier gewickelt oder umgezogen wird. Eine kleine Beschäftigung. Wie der gefällt von dir? Wo geht's hin mit Papa? Zum Auto waschen. Ja, freust du dich, ne? Ja. Und zum Recycling hoch. Viel Spaß. Na Boni, was macht Yari da? Er will zu seinem Spielzeug kommen, ne? Ja. Ja. Und da zieht er sich wieder vor. Wenn er irgendwo hinkommen will, kommt er überall hin, ne? Boni, was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich drehe jetzt gerade mal eine kurze Runde mit Bruno und Yari. Yari liegt hier schon auf dem Bauch, weil sonst würde es gar nicht gehen. Ich habe ihn jetzt mal so hingelegt, dass er mich dann auch sehen kann. Ansonsten könnte er ja auch da vorne rausgucken. Das habe ich jetzt gerade hochgemacht. Ne? Dann kannst du ein bisschen gucken. Kriegst auch ein bisschen Sonne ab. Und dann drehen wir mal eben eine Runde. Und dann geht es nach Hause und dann gibt es wahrscheinlich wieder Mittag. Wir sind jetzt seit 10 Minuten ungerissen. Ja, reicht. Ja. Ich habe direkt das Essen für Yari fertig gemacht, warm gemacht. Da fällt mir ein, ich habe auch noch gar nicht erwähnt, glaube ich, dass wir mit Beikost gestartet sind, oder? Hast du den letzten Vlog erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind wir vor zwei Wochen angefangen. Und heute gibt es Pastinake mit Kartoffeln. Ja. Da habe ich nämlich noch eine Portion fertig, die ich vorbereitet hatte. Und ja, das gibt es jetzt, ne? Jongermann, müssen wir dein Spielzeug immer abmachen. Und dann kannst du essen. Ja. Und er ist super, super gut. Also er hat einfach so ein Interesse bei uns schon gezeigt. Deswegen haben wir eigentlich mal probiert. Und er hat das so weginhaliert, schon die ersten Portionen. Er konnte gar nicht genug kriegen von Anfang an. Weil wir natürlich langsam gesteigert haben. Ja, gibt ja. Ich will dich gar nicht länger warten lassen, Spatzi. Mama redet wieder zu viel, ne? Tut mir leid. Ja, gibt doch mehr. Langsam. Ist in Ruhe, mein Schatz. Alles leer, Yari. Alles leer. Alles aufgegessen, Spatzi. Das ist leer. Kann ich mit in die Küche nehmen? Oh. Es saugt sich fest. Und es hat sich fest gesaugt. Ach so, jetzt gibt es noch Hände hinterher. Wird doch nicht satt geworden. Hä? Nein, er wird jetzt aber gleich nochmal kurz gestillt. Also es sind jetzt ungefähr 100 Gramm. Das heißt, er trinkt danach auf jeden Fall auch nochmal kurz an der Brust. Und ja, wir steigern es ja immer noch so langsam. Also bis er so vielleicht bei 120 Gramm ist. Mal gucken. Ich glaube, er würde jetzt auch schon mehr. Aber ich will das, wie gesagt, langsam angehen. Ich will irgendwie seine Verdauung auch nicht überfordern, ne? Spatzi. So. Gibt trinken. Mila und Julian sind gerade nach Hause gekommen. Und ich mache mal eben die Wäsche. Und dann mache ich mich ans Mittagessen. Ich will nämlich so ein neues Rezept ausprobieren. Türkische Pizza. Habe ich bei Pinterest gesehen. Bin sehr gespannt. Yari sitzt hier in der Babybüren. Er hat ja gerade gegessen und getrunken. Und es ist nicht so förderlich, wenn er die ganze Zeit auf dem Bauch liegt. Genau. So. Aber jetzt mache ich erstmal die Wäsche. Hast du denn auch beim Autowaschen geholfen? Nein. Nein? Nein. Ich war nur drin. Ich wollte nicht nass werden. Nee. Nicht nass werden ist ja nicht... Alles war düsen. Und ich wollte nicht... Mein schönes Kleid soll nicht nass werden. Nein, das soll ja auch gar nicht nass werden. Mein Kleid soll Kleid-Anti-Sach heißen. Okay. Hier sieht es gerade aus wie auf dem Schlachtfeld. Aber ich bin ja noch am Mittag machen. Und ich habe ja gesagt, ich mache diese türkischen Pizzen, diese Mini-Pizzen nach einem Rezept von Pinterest. Und deswegen, ja, sieht es hier eben so aus. Die Masse ist jetzt drauf. Übrigens kann man es natürlich auch super halt mit vegetarischem oder veganem Hack machen. Das, was man halt da hat. Weil das Rezept ist natürlich mit Rinderhack. Glaube ich zumindest. Ja, mit Rinderhack wird es wohl sein. Genau. Und wir haben es jetzt ein bisschen abgewandelt. Ja, das kommt jetzt in den Ofen. Und dann wird es einfach nur mit so einem Joghurt-Dip quasi belegt. Frischem Gemüse. Und ja, das riecht auf jeden Fall richtig gut. Ich habe mich einmal versehen und habe zu viel passierte Tomaten reingemacht. Deswegen habe ich davon direkt die doppelte Menge jetzt gemacht. Ich werde das, glaube ich, einfach einfrieren. Dann können wir es nochmal machen. Und vielleicht machen wir es auch morgen einfach nochmal, wenn das gut ist. Dann stelle ich einfach was in den Kühlschrank. Genau. Auf jeden Fall sieht das schon mal super gut aus. Und es riecht fantastisch. Also es riecht wirklich so, so lecker. Essen ist auf jeden Fall jetzt fertig. Julian sagte gerade schon, es ist ein bisschen schwierig zu essen, weil alles an der Seite rausfällt. Ja, aber schmeckt es denn sonst? Ja, ja, lecker. So, dann werde ich auch mal gucken, dass ich das zusammenfalten kann. Und dazu trinken wir momentan richtig lecker unsere Lieblings-Saftschorlen von Lütz-Landlust. Und wer ist hier wieder erwacht? Der kleine Mann. Ne? Hat auch nicht wieder so lange geschlafen. Man juckt ja da an den Fuß. Juckt am Fuß? Ja, dann kratz mal. So, einmal eben Musik ausmachen. Sonst versteht ihr mich, glaube ich, nicht. Aber dieses weiße Rausch ist das Einzige, was bei Yari hilft zum Einschlafen. Er sitzt nämlich hinter mir und ist nämlich jetzt gerade eingeschlafen. Ich bin jetzt mit Yari los. Ich wollte nämlich hier noch einmal zu Teddy rein, ein paar Bastelsachen holen. Julian ist mit Mila die letzten Teile fürs Wochenende einkaufen. Sie wollte unbedingt mit einkaufen. Gerade nach dem Mittagessen war sowieso ganz so schlechte Stimmung. Also es war so ein richtiger Tiefpunkt. Mila war einfach müde. Yari war müde. Hat wieder nur eine halbe Stunde geschlafen. Ich glaube, er hat auch wirklich definitiv Zahnschmerzen. Es wirkt alles so, als hätte er Zahnschmerzen. Und es sieht auch so aus, als sind sie auf jeden Fall unten die zwei unteren Schneidezähne so in den Kiefer geschossen und es wird langsam schon so durchsichtig, wollte ich gerade sagen. Also die, die Kinder haben und die schon mal Zähne bekommen haben, dann wisst ihr wahrscheinlich, was ich meine. Also wenn das so, wie sagt man das, so weißlich, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es halt so aus. Ja, Julian bringt auf jeden Fall in der Apotheke dann nochmal Zahnungsgel mit, weil die Osanit-Kügelchen haben wir, aber dass wir nochmal was anderes haben. Und ja, jetzt warte ich nochmal fünf Minuten und dann gehe ich mit Yari rein. Das Kinderwagen-Gestell auf jeden Fall hinten drin. Aber so, dass er auf jeden Fall jetzt tief und fest schläft. Und ja, zum Erdbeerfeld geht es halt nicht mehr, weil es die ganze Zeit immer wieder anfängt zu regnen. Das ist uns dann doch ein bisschen zu unsicher. Genau, also schauen wir mal, was wir heute noch machen. Aber jetzt will ich erstmal zu Teddy rein. Die sind für mich. Dankeschön. Auf den Kugelbärchen. Gummibärchen. Guck mal, guck mal, guck mal an sich. Erzähl mal, Mama, wer dir die Gummibärchen gegeben hat. Die Autoscheibe. Eine Parkscheibe, verkleidete Parkscheibe. Was? So eine Figur, ja, ja. Cool, und die Blumen hast du ausgesucht für Mama? Ja. Oh, danke schön. Die beiden sind gleichzeitig angekommen und haben hier einfach meinen Parkplatz auf der Aufrat geklaut. Nein. Das ist übrigens hier unser neues Familienauto. Ein schöner Stoder. So, wollen wir mal rein? Ich muss Yari auch im... Mama, wie ich balancieren kann, guck mal. Balancieren kannst du, wow. Mama, wenn ich umfahre... Uiuiui, ja. Jetzt wollen wir mal rein. Ich muss auch noch die Sachen aus dem Kofferraum holen. Julian sagt, ich soll nicht so das Unkraut filmen. Also unsere Auffahrt ist auch wirklich Katastrophe. Ja, Urban Jungle. Ja, Urban Jungle. Belohnungsplan. Oder wie nennt man das denn? Belohnungssystem? Wahrscheinlich eher. Also sowas soll es gar nicht konkret sein. Es soll aber schon irgendwie sowas in der Art sein. Also ich will einen Plan machen, wo halt eben auch draufsteht. Zähne putzen, anziehen, ausziehen. Solche Sachen halt. Gesicht waschen, was auch immer. Einfach, dass sie so für sich so vielleicht so eine bessere Struktur findet. Dass es für sie ein bisschen einfacher ist. Weil es manchmal echt ein bisschen durcheinander bei ihr ist. Sie ist aber auch so eine Träumerin. Aber ja, vielleicht motiviert sie das so ein bisschen mehr. Und immer wenn sie es halt gemacht hat, kann sie in den Sticker reinkleben. Und das ist für sie vielleicht auch schon Belohnung genug, halt diese Sticker reinzukleben. Ich glaube, das ist schon ganz cool für sie. Halt so Sticker auszusuchen und ja, in diesen Plan zu kleben. Mal gucken. Ich habe aber auch so hier und da so ein paar andere Sachen gekauft, die man dann gegebenenfalls, ich muss mal gucken, wenn Julien mal sprechen, als Belohnung geben könnte. Aber ich will das halt nicht so, so ein krasses Belohnungssystem machen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich will jetzt nicht, dass sie halt nur auf die Belohnung dann aus ist. Also es soll ja natürlich auch so alles so ein bisschen von ihr kommen. Und das sind ja so selbstverständliche Sachen, so Zähneputzen eigentlich. Aber ja, vielleicht so ist das eine gute Stütze. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich deswegen so einen großen Fotokarton. Fotokarton heißt es, gekauft. Ist so ein rosa. Ich weiß gar nicht, ob es so farblich rüberkommt. Kostet 1 Euro. War ja bei TV, da kosten sehr viele Sachen ja 1 Euro. Dann habe ich einmal Stempelstifte mitgenommen. Das ist ein 6er-Pack für 1,50 Euro. Ich muss mal gucken, vielleicht will sie die Stempelstifte nehmen, um halt sozusagen abzuhaken oder vielleicht auch Sticker. Aber auf jeden Fall habe ich diese Stempelstifte mitgenommen. Dann habe ich ein Haarreifen für sie mitgenommen. Also das wäre dann eher sowas, das halte ich mir so in petto, was sie dann eventuell halt als Belohnung haben könnte. Dann habe ich fürs Badezimmer zwei so Kunstpflanzen mitgenommen, weil das Regal wollen wir heute noch aufhängen. Und da habe ich diese kleinen Kunstpflanzen mitgenommen. Fand ich ganz schön, auch in diesem Tontopf. Die haben jeweils 3 Euro gekostet. Diese bunten Stifte habe ich dann noch für 1 Euro gekauft. Das sind so dickere, mehrfarbige Buntstifte. Und eine Menge Sticker. Also bei Teddy kaufe ich eigentlich immer Sticker. Die kosten ja wirklich dann so 1 Euro. Und da gibt es so gute Auswahl. Also ich habe jetzt viele, Moment, ich muss das mal so ein bisschen sortieren, viele so kleine Sticker gekauft, die wir dann eben für diesen Plan gegebenenfalls nehmen können, um halt täglich dann halt die Sachen sozusagen abzuhaken. Also da habe ich dann hier zum Beispiel so kleine Erdbeeren, Füße, Hände, Herzen oder so Marienkäfer. Und dann habe ich aber auch noch andere Sticker mitgenommen, die man dann wieder eventuell als Belohnung sozusagen nehmen könnte, was sie sich dann irgendwann mal aus so einer Kiste aussuchen kann. Also hier habe ich so verschiedene Sticker. Und hier habe ich auch noch mal so Filzsticker. Genau. Das war der Tee-Einkauf. Sieht bestimmt richtig gut aus. Aber es juckt so. Ich habe schon bei Instagram erzählt, ich habe wieder so eine allergische Reaktion, nicht juckt, ja, von meinem Deo bekommen. Ich habe immer ein bestimmtes Nivea Deo. Und habe jetzt eine andere Sorte probiert und habe gedacht, ach, dann müsste das mal wieder. Direkt jetzt nach zwei Tagen allergische Reaktion. Also irgendwas ist da drin. Deswegen bleibe ich nur noch bei dieser einen Sorte. Ich hatte das vor fünf Jahren ganz, ganz schlimm. Da habe ich auf irgendwas in einem Weichspüler reagiert. Also ich weiß nicht genau, auf was ich reagiere. Und da hatte ich es wirklich fast komplett am ganzen Körper. Es war einfach so, so schlimm. Und das wurde dann noch erst besser, als ich beim Hautarzt war. Der hatte zwar auch einen Allergietest gemacht, aber auf so diese gängigen Sachen von Kosmetikartikeln habe ich nicht reagiert. Also keine Ahnung, was es ist. Oh, das juckt jetzt. Jetzt habe ich einmal gejuckt. Ah, ich werde wahnsinnig. Ich muss mal gleich gucken, ob ich noch Finestil-Tabletten habe. So gegen den Juckweiz. Ah, man muss sich echt konzentrieren, nicht zu jucken. Ja, wie dem auch sei. Ich werde den Vlog an dieser Stelle jetzt schon mal beenden. Denn, ja, mal gucken, ob ich das schaffe, den Plan heute noch zu basteln. Ich glaube eher nicht. Wir wollen nämlich das Regal im Badezimmer noch anbringen. Und Jari ist halt echt nicht so gut drauf. Also ich glaube echt, da kommen bald die Zähnchen durch. Aber mal abwarten. Weil den Schub haben wir eigentlich gerade hinter uns gelassen. Aber nach dem Schub ist ja vor dem Schub, ne? Ja, von daher werde ich den Vlog jetzt heute schon mal an dieser Stelle. Ich bin ja auch früh irgendwo heute Morgen gestartet, habe ich das Gefühl. Und ich filme sowieso immer super viel und saggele auch, glaube ich, immer viel, so, dass die Vlogs immer irgendwie recht lang werden. Genau, aber irgendwie freut mich das, dass ich es heute nochmal geschafft habe zu vloggen. Es war irgendwie so spontan und irgendwie ist es ja auch immer am besten, wenn es spontan dann passt. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende und bleibt weiterhin gesund, meine Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüssi!